Und willkommen zurück. Genesis geht weiter. Ich weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt gerade sind. Und der Raptor hat ein Ei gelegt. Direkt vor unserer Nase. Das muss ich aufheben. Das erste Ei. Das erstgeborene. Benni und ich, wir haben ein Ziel. Wir wollen ein ganz brutales Tier zu hemmen. Ganz gefährlich. Nein. Ein Triceratops. Und deswegen haben wir jetzt erstmal die billigen Raptoren genommen. Wenn die draufgehen, ist das nicht so schlimm. Ich habe noch keine Ahnung, in welche Richtung. Ich vermute. Ich habe die. Ich vermute. Warten wir uns kurz. Lass mich mal ganz auf die Karte gucken. Ähm, nee. Einfach geradeaus. Ja. Einfach geradeaus, Benni. Ja? Hast du da welche gesehen schon? Nee, weil ich bin nochmal dort gespawnt. Am Ufer. Ja. Und da waren alles andere Tiere, außer Raptoren und sowas, da waren eben... Wie hießen sie? Die anderen, äh... Die anderen... Die Pheromonenpupser. Genau. Okay, dann gehen wir gerade aus. Oh, das ist blaue Füße meiner hier. Oh, Deo dann. Seid ihr schon weit weg? Ja. Relativ. Also, was heißt relativ. Um die Ecke. Warum? Ich wollte eigentlich mitkommen. Achso, warte. Nimm wir dich mit. Gehen wir noch zurück. Okay, ich habe Schweinchenangriff hier bei mir. Ja, ja. Lauf, lauf. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht tot mit dem Raptor. Nimmst du auch wieder so ein kleines Raptorchen? Wer möchte? Ich habe gerade noch Pikes hergestellt. Eisen. Kakao, nicht zu gerne. Okay, dass Deodonschweinchen kommt. Wir müssen kämpfen. Nehme mal alles, was nicht Fleisch ist, aus den Raptoren raus, die hier stehen. Dann nehme ich Nachtgesicht. Ja, der bist du, 40. Äh, muss ich irgendwo Schadenszahlen? Ja. Ich sehe mich. Hä? Ich habe das zweite Mal getroffen. Dritte Mal getroffen. Wann ist die Spikes? Oh, ich habe dir sogar einen von euch getroffen, oder? Oder hat ihr nicht Spikes gelaufen? Oh, das Vieh um mir greift. Das Vieh um mir. Geil. Ja, das Original Schwein greift an. Oh, die Ausdauer, ne? Meinst du, sie sind nicht vorhanden? Ich habe jetzt aber ein vier Mirschenschweinchen angeschossen. Und wollte, dass ich hier noch drucken muss dabei. Finde ich ja gar nicht. Ey, Mann, ich treffe das, ich schieße jetzt durch das Schwein durch. Oh, das Vieh um mir ist unsers. Oh, no, ich habe es getroffen. Oh mein Gott. In dem Moment, wo das Schweinchen gerade stirbt, schießt du ja es gleichzeitig. Ja, ich wäre auch glücklich gewesen mit dem Schweinchen, weil wir hätten jetzt damit viel, viel Scheiße machen können. Ja, deswegen hat es gezähmt. Nein, es ist arschlich. Aber ich war auch gerade unglücklich, weil gerade im Moment habe ich das Schweinchen, glaube ich, abgeschossen. Das Deodon ist runtergefallen und der Benni hat dann über den Deodon geschossen und das für mich abgeballert. Was ist das passiert? Wir sind in unserer Base. Was greift ihr überhaupt an? Das Schweinchen finde ich voll lustig. Weil er wahrscheinlich auf Attack My Target stand. Ja, aber das stand in der Base. Wir sind ja in der Base, wo die hier angegriffen. Ich bin bei den Raptoren die ganze Zeit. Ne, guck, ob wir ein neues Schweinchen finden. Das Raptorchen? Die, die jetzt mit den Raptoren los sind, die habe ich vorhin noch passiv gestellt gehabt. Der sieht echt geil aus, den auf dem du bereitest Decks. Hm, der ist voll hübsch, ne? Aber leider Level 20. Also jetzt nicht mehr, aber er war auch Level 20. Nix halbisch, nix gantisch. Da hinten ist ein Brondo. Brondo, Kano, Darko, oh ja, alles voll. Oh mein Gott. Guck mal, kannst du das mal auf der Karte? Wir müssen doch hier runter. Also so laut runter müssen wir dann unten am Rand sein. Aus dem, zum Spawngebiet, wo ich mal gespawnt bin. Könntet ja theoretisch auch per Teleport da hin. Ja, dachte ich mir auch gerade so. Südost. Achso. Süd oder Südost müsste das sein. Wo kommen sie denn? Ich kann mal sicher hinstellen. Und hab das Schweinchen gezähmt. Okay, wohin? Da ist ein Raptor, 78, 78. Ich nehme mal Südost. 6. Teleport los. Ich darf, ich darf nicht. Ich hab's gestartet. Müsste gleich losgehen. Perfekt. Aha, Zoe verteilt der, nee, gar nicht Kinn ist das. Halt ja gerade ganz massiv Punkte. Ich baue hier ein bisschen Speedleveln. Äh. Ah, wir sind in den Tieren. Willkommen. Also ich hab den Südost genommen. Jetzt ist es aufgebaut. Hinter uns ist ein Parasaurus auf jeden Fall. Ja, und ein Baryonyx. Biomia und ein Stego? Oder ist das? Da ist ein Stego. Sieht irgendwie komisch aus. Baryonyx, ja. Mach nicht so'n Krach, Kim. Aber da drüben scheint richtig zu sein. Da laufen Paracere und Bautos rum. Vorsicht, der Baryonyx. Was ist das für ein gepflexes Giraffentier? Paracere. Paracere. Geht mal vom Spawnpunkt. Ich weiß nicht, wie wir hier in die Richtung. In die eine Richtung ist nur komplett weiß im Paracere. Weiß mit weißem Fleck. Rechts legt, Jungs. Rechts legt. Du brauchst aber irgendwie aus da. Ah. Lex. Oh. Falle, die wird knapp. Frei ist. Brauch ich überhaupt. Äh, Ceratops. Ich hoffe. Ich hab, also, bei Metal Office aber hab ich das gesehen. Nein. Ähm. So, aber ich weiß nicht. Hier sind Raptor. Hier sind zwei Raptoren. 16 und 16. Äh. Die. Geht doch einfach da hin, wo die für die Tief-Trikes sind. Ja, wir wissen ja nicht wo. Vulkan. Das ist auch schlau. Äh, ja. Genau. Da gibt's teilweise sehr ruhige Eckparten ran. Oder nur Pflanzenfrecher rumrennen. Frecher? Oh, ich bin Steinbein. Endlich. Oh, wir haben nur mal in die Höhe. Oh, mein Gott, was hier abgeht. Das sieht hier ziemlich pervers aus. War ja auch nichts, ne? Oh, das ist so. Hinter dir Benni so zusammen. Oh. Oh. Oh, ich bin. Etwas erschreckend, ne? Mhm. Also das mit der Idee, mit dem, mit dem, ähm, Lava-Gebiet ist gar nicht so schlecht. Wir können sich ja sofort dann wieder zurückporten, aber das Problem ist... Kentro, oh Gott, wer kommt in Kentro, ist einer und kein Fleischbesser. Kentro, äh, davor muss ich mich mit, mit anlegen. Äh. Also ich geh jetzt nicht weiter. Oh, das sind wieder die beiden Raptoren von Ihnen. Wir können uns ja an eine andere Säte von Zoom noch teleportieren. Ja, von Teleportieren wir uns nochmal. Oh, hallo sagen. Äh, Biom. Na, mach mal Südwest. Ich steig diesmal ab. Ja, ich auch. Ist vorhin nicht drin. Das sollte ja kein Problem sein, weil kein Sarko da ist. Kümmchen, kannst du mir eventuell noch ein paar Narkosefeile herstellen? Ich bin nicht da. Achso, du bist ja gar nicht da richtig, da war ja was. Wie kann ich die auch herstellen? Danke, Kivo. Ja, weil sobald wir in der Narkose da ist. Deshalb möchte ich ja gerne gerade einen Trifel sehen. Ja, das ist gerade in Arbeit. Ich hatte nämlich immer auch fast wieder was angemacht gehabt. Okay, Hissen. Und so catchy ist das Kapro direkt hinter uns. Naja. Oh, nein, Kapro. Achtung. Oh. Leuch. Ich bin nicht mal richtig da. Kurz mal ruhig, Alter. Ich will ärgern. Also, du bist doch. Ich bin bei mir nicht rein. Boah, es ist 112. Oh, krass. Dann krieg ich mir trotzdem, komm. Ich hab wieder 300. Hier bin ich eigentlich nicht. Oh, das ist krass. Der ist fast tot, ne? Fast gut, doch. Dann Forcefeed erst. Das weiß ich nicht. Da hinten ist noch ein Kapitel. Von hier ein Stück weg. Ich muss nicht, dass der näher kommt. Ich würde auch sagen, wir gehen bis in den Inland. Wir haben, also hier ist das Questgebiet, ne? 1.000 Meter. Oh, ich bin da, wo der Kapro eben herbekommen ist. Das ist mit mir auch. Genau, die Quest, die ich hier habe. Wo steht denn das mit der, mit der, mit der Distanz? Guck mal, unten rechts. Hast du da so ein lilanes Symbol jetzt? Ja, ja. Genau, das ist eine Missionsarea. Okay, das habe ich... Warum hat meine Helena hier gerade was gescannt? Ja, die macht das bei mir auch gerade. Ja, bei mir auch. Seht, mein Raptor ist gekniss. Achso, weil ich H gedrückt habe. Ich bin schon wieder Ziel von entdecken, Schwarm. Kommt mal her. So, ich komm mal her. Ja. Warte mal, komm. Alles gut, ich seh nicht. Kannst du, das kannst du haben. Wenn wir schon ein bisschen unterwegs sind, können wir auch ein bisschen Fleisch fangen. Ja. Was ist das hier? Ich will sie nicht. Was ist was? Äh, ist ein Arten. Ja, und ich gucke nur, ob ich noch irgendwo Fleisch, wenn eine Milchkarrung ist, bringt. Oh. Ich mach jetzt. Oh, cool. Guck mal, man kann hier hochlaufen, Leute. Warten wir uns kurz. Ja, komm mal. Die waren nicht zu hoch bei dir. Ja, ich versuche hier gerade noch zu drehen. Hey, wo? Ja. Hast du dir etwa mitgebracht? Komm her, hier ist so ein Glücksstrengs. Ich komme, ich versuche es aber, da der Heck gerade in den Stein trinken. Wo seid ihr? Ah, da. Hier drüben. Das kann ja nichts machen, damit er es auch mal gemacht hat. Da. Okay, ich muss abschneiden. Ach, das ist ein Glitch. Nee, die wollte nicht. Und eh drauf halten. Warte kurz. Meine Helen, das kennt die ganze Zeit das Ding. Ja, will das einfach nichts machen. Ich will gerade ein Foto von machen, damit das, damit man mal wenigstens weiß, worum es da geht. Ich wollte gerade mal die Schmelze. Okay. E-Gedruss. Fing mir eigentlich auch die Punkt noch? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, die Person, die das macht. Nee, ich will. Sehr schnell. Oh, das dauert nicht so lange. Weiß jemand, was der Baryonyx im Hundenwebbel hatte? Oh, äh, Benni, ich glaube, wir müssen da helfen. Warum? Oh, nee, jetzt kommt diese Karten hier auch noch an. Hast ein bisschen nur Robins von Kruse. Vor allem, ich nehme, außer vor dem Weg gehen die Dinger, das muss ich vom Aussicht haben. Die Raptoren hast Punkte gekriegt, Penny? Ja. Hat irgendwer zwischendurch hier vielleicht, was ich pfiffen? Ich habe was gefällt, wie war ich noch zu nah dran? Also ich habe tausend gekriegt. Ich darf nicht aufsteigen. Das ist noch ein Schmach. Ich glaube, dich am besten raus und allen. Ja, vielleicht ist es noch was in Lave. Gefällt mir aber. Robins von Kruse. So, wo ist meine Hände da ganz kurz? Ich nehme mal, kann ich das draufklicken? Komm mal her. Warum kriege ich die manchmal nicht? Die ist bei mir immer so weit weg jetzt. Okay, bei mir ist irgendwie was. Ich muss mich mal kurz neu einloggen. Ich kann nicht auf die drauf zuklicken. Könnt ihr das? Ich auch nicht, deswegen. Ernst. Achtung, Achtung. Baryonyx, Baryonyx direkt bei uns. Ich bleibe alle die Tiere berassen. Baryonyx reift an. Ja, super. Jetzt. Ja, weh. Ich springe aber runter, die Akkumas. Okay, er ist runtergesprungen. Was sind das da unten für ein Teil? Nee, das ist nicht. Sprich rein, weil guck'n. Ja, ja, da unten drin, aber... Aber da unten ist auch ein Coposucos. Nee, da gehen wir auch manchmal nicht rein. Boah, wie geil das aussieht, der Wasserfall hier. Mega, ey. Okay. Also, ich hab tausend Punkte jetzt bekommen. Ja, ich auch. Achso, ich wollte erst mal gucken. Könnte sein, weil wir in dem Gebiet eventuell drin sind, dass du hell erinnern. Nee, doch, geht. Willkommen zu Hexagoth Exchange. Ich hab sie nicht mehr ausgerüstet gehabt, deswegen. Ja, aber musst du doch gar nicht ausgerüstet. Die musst du gar nicht ausgerüstet. Ja, ja, wenn du sie nicht ausgerüstet hast, kannst du nicht auf sie zugreifen. Ja. Ich hab sie auch nicht ausgerüstet. Ich hab die ganze Zeit geschnitten unter mir herlaufen. Ich hab sie, ja, die ist nicht ausgerüstet, aber immer da. Aber ich hatte sie nicht im, äh, im Slot. Und dann konnte ich nicht auf sie zugreifen. Jetzt hab ich den Slot gelegt und konnte direkt drauf zugreifen. Ich kann auch nicht drauf zugreifen. Äh, ich schon. Ne, ich komm nicht ran. Ich hab auch mein Simlafen nicht mehr. So, ich hab mal wieder reingepackt. Äh, hier, hier, auf der anderen Seite hab ich gerade noch ein Landzug, was wir gesehen haben. Ich kann schon wieder nicht aufsteigen. Sag Bescheid, wenn ihr wieder... Ich bin jetzt kaputt. Ich logg mich mal komplett aus. Ja. Ich bin jetzt halt schnell wieder zurückgekommen, weil... Oh, das ist schon wieder so ein scheißen, leckes Schwarm. Akkumar hat auch gecrasht. Ne, das hat er, äh, da können her. Ja, also ich sag mal so, Kemo, wenn die Insekten draufstehen, hättest du dich vielleicht waschen sollen. Ja, aber du sollst dich doch zum Arbel waschen machen. Ich werd mir auf den Flopper lassen. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Ja. Mist, ich wollte so gerne da hinten zu diesem einen Loot gehen, aber da ist ein Kaposukus unten. Hab da mal nach Level geguckt? Nein. Ne, kein, kein Spyglass. Ich guck gleich, ich hab eins. Ich kann ja mal was produzieren. Rechnen wir, wenn wir da auch noch hochkommen. Hm. Da muss es doch irgendwas geben. Was ist das da für ein Tier? Das ist ein... Ah, ist ein Raptor auch noch? Ach, auch noch. Okay. Huh? Das... Das ist Flachgebiet. Ich, oh Gott, da geht's links, rechts, runter, das Wasser. Geht gar nicht. Guck mal. Siehst du, der läuft im Wasser da unten. Wer ist Jesus? Raptoros. Aua. So, ich hab mal ein paar Fähengläser hergestellt, für alle, die wir gleich eins haben. Ja, ist sehr gut. Wir kriegen Besuch. Ich bin so gut wie da wieder. Ach, du mit drei. Vielleicht erstmal drei oder braucht man mehr? Also ich brauche lieber. Mehr. Verdammt. Ich hab jetzt gerade zwei Trikes, 16 und 12. Im Feuergebiet? Geht nicht. Ich kann nicht mal drauf zugreifen. Ja, stimmt. Da ist ein Ankylos. Der Raptor ist vorbei. Der Raptor kaputt? Äh, ja, der ist tot. Der ist weg. Du kannst nicht mehr drauf zugreifen. Ich kann aber auch nicht auf eure zugreifen. Ja, auf dem geht's wieder nicht. Doch, von hier geht's fort. Ja, fahrf dir mal weg. Fahrf dir mal aufs normale Land. Jetzt kann ich auf meine auch nicht mehr. Ich hab ein Klümchen in die Lande gefunden worden. Ja, Klümchen hat meine angefangen und ich kann nicht mehr drauf. Versuch jetzt mal. Achtung, Schwarm. So, kann ich jetzt drauf zugreifen, hinter die Akuma? Jetzt ging's bei mir wieder. Ja. Das ist das Gebiet. Feinde die Uhr am besten nicht. Du hast gerade wirklich beiden angefangen und der ging nicht mehr. Toll, was der Fax. Naja, keine Ahnung. Ich bin da wohl wirklich an dem Gebiet. Ach, wir sind gerade an dem Gebiet. Au! Oh, Mann. Ich sehe, was hat was mit dieser Eisenplattform zu tun gehabt? Ja, das kann sein, ja. Hä? Hä? Wo waren wir doch schon mal? Äh, Leute? Was denn? Warum, hä? Was denn los? Was macht denn die Hände die ganze Zeit? Guck mal, seht ihr das? Nee. Die macht bei mir die ganze Zeit, ähm, wenn ich rein und raus zoome, macht die die ganze Zeit ein Schutzschild um sich herum. Von Ordnung. Und verschwindet? Ja, danke für die sechs. Ja, dann kaputt. Aber hier waren wir schon. Macht meiner auch. Nee, bei mir hat sie es nur einmal gemacht. Das ist ein Alu. Oh, wo ist der hübsch? Da hinten ist ein Raptor-Familie. Oh, Kimmchen, hier ist ein rotleuchtender Alu. Was hast du denn für eine Hitze dort, ähm, Kim? Moment. Der Alu ist gerade sehr nah. Wollen wir noch ein anderes Gebiet jetzt nehmen? Ja. Ich habe noch Kleine. Jetzt kann ich noch Helena wieder anbringen. 32 Grad. Oh, 120er-Kranau. Aber der Alu frisst, glaube ich, gerade 20er-Kranau. Kann sie nach Hause bringen. Ja, bringen wir mit. Zerstückelt. Sag mal, diese Bärchen-Pflänzchen, das sind doch die aus Atlas, oder nicht? Ich meine schon. Die sehen zumindest sehr ähnlich aus. Guck mal, da unten ist ein Stone. Da unten ist ein Stone? Ja. Ja, da rennt ein Stein rum. Jetzt muss ich noch den Nachhauseweg finden. Oh, das ist ja ein Wirtschaftsport. War ja auch nix hinter uns. Boah, ist das dunkel hier. Ah, da muss das noch einmal. Der Alu hat gewonnen. Guckt euch mal links den Riesenbaum an. Guckt mal nach oben. Oh. Man kann, glaube ich, auf diese Pilz-Plattform auch drauf, oder? Gibt es eigentlich auch hier die Kletterhaken, oder gibt es die hier nicht? Ne, sind gesperrt. Gibt es die Plattform? Gibt es den Baum, Mann? Sag mal, ist das der Baum, wo wir bauen? Ne, ne? Ne, oder? Ne, ne, ist ein anderer. Ja, ist ein anderer. Wir sind ganz unten rechts jetzt. Lange. Oh. Aber ist denn ein Egel? 1,2 level lecker. Oh, hier sitzt runter. Hier ist ein Arscharsch. Oh, wow. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz so doll täusche, könnten wir hier im Bloodstalker-Gebiet sein. ich will hier runter wenn der Platzverkehr und nicht nur ein Guterobürzen aber hier regnet es ist hier unten nicht mehr in der Höhle wenn mehr regnet es? ach ne jetzt nicht mehr aber nächstes ist voll mit dem falschen an Kollege wobei mir grad einfällt man könnte doch mal so und okay wo ihr hattet doch wieder schon einen Platzverkehr was? angriff ja ich bin grad am leveln, deswegen kann ich nicht weg spring, spring spring, spring, spring komm, wir killen den jetzt 40er die Levelanimationen, die springen können, kannst du das unterbrechen, Dex ja ja, aber ich wollte eigentlich jetzt gerade eigentlich nicht auf mich drauf aufmerksam machen hälfte leben gleich der ist ja tot naja, habt recht, das Feuergebiet ist wahrscheinlich noch nicht wirklich machbar, solange wir nicht die Möglichkeit haben, alles... ich hab keine Ahnung die sind nicht das Problem die sind langsam aber alles sind unangenehm die Platz wird auf dem und wir haben jetzt auch alle Wände gibt's eigentlich Thylakolen eigentlich auch? ha? Thylakolen gibt's die auch? das weiß ich nicht 94 die Schakel sind wieder in Frank ich glaub auch nicht wer schakel? wenn's nicht gibt oh mein Gott oh vorbei? ja der ist volle Hütte an uns vorbeigesprochen hier könnte man sogar einen Schrank finden sieht's so aus wo ist ein Leech? wo ist ein Leech? hier bei mir Sako, Sako, links von dir, Dex ja, die gibt's auch das war Sakos von Kapros Huch Achtung, Kapro hinter mir Achtung, Insekten Kapro hinter uns direkt hinter uns Kapro oh, Sako oh, wir müssen weiterlaufen lauf, 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 lauf hier kommt jetzt gleich Wasser im Arsch, Katte Scheiße wir müssen uns hier mal wegporten das ist zu, zu heftig hier ne, der Kapro folgt uns nicht mehr wir sehen jetzt aber auch wieder raus da naja wo kannst du denn den Trike nehmen? du musst da irgendwo du nimmst der älter nehmst der älter irgendwas müssen wir ja noch nehmen zack zack ich weiß mal den also wir haben ja jetzt gleich alle Ecken durch wow dann gehen wir ans nächste Gebiet alter kipp ohhh ohhh ich hab meinen mein Raptor weg äh, ja du hast der leichte Halloween wenn ich rausgehe ist vorbei weißt du das? ja dann der ist weg naja super komm den krieg ich nicht mehr wieder Metal willst du den Dude? ja er ist tot ja äh ich hab schon den hab zuck zuck fuck ey in dem Moment hat der meinen nein du bist zu Fuß ja bist du bei der Base? ich bin um die Base rum Lex du hast ja grad nix ne? machst du Helena an? erstmal zurück zur Base denk ich mal und hier wieder keine Ahnung ich hab ja aber das war ein Low Bob ne? das war auf jeden Fall aber ich weiß nicht was der Raptor war äh der Stone interessiert mich nicht wo ist er? ohhh Teleport in Vorbehaltung ohhh äh Helena hat mich gerade gebeten nicht zu sterben äh war Level 29 wir hatten gerade in dem Moment wo der unser Teleport fast fertig war hat mich ein Kaprosokos oder hat mir mein mein Raptor unterm Arsch weggezogen ja ah ok das war der Tod holy shit Metal ich glaube du hast tatsächlich die schönste Ecke auf der ganzen Karte ja äh wer portet dich doch? da sind wir zurückgekommen es ist super ja 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 ähm was hab ich denn jetzt mit dem Mausen? aber von der Seite oh ist das kleine süße kleine da musst du dich immer einmal kurz bewegen dann geht das ähm das sind die 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 Ammo ich dachte das sind einfach Mini-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour du steirn? ich steun且 das ist der One grad gespawnt achso ok da hinten berrinnt die Hütte sehe ich gerade so leute dann sage ich mal bis denn und wir sehen uns in der nächsten Folge bis denn tschüüüüüüüüüüüüü resting bei bei tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü äh Vielen Dank.